Das war das letzte, was wir von unserem Vater sahen. Meine Mutter hat englische Soldaten zu Weihnachten eingeladen, die konnten ja nicht alle nach Hause fahren. Und dann hat es geklingelt und dann kam Arleigh eben. Wir hatten keine Attituden mit den Deutschen, weil wir gegen die Russen waren. Wir hatten die Cold War. 55 Jahre, seit ich hier lebte. Es ist kein Heimweh, aber es ist ein großartiges Gefühl, weil das war für mich ein Stückchen neues Leben. Die Schmerzen sind die Schmerzen. Die Schmerzen sind die Schmerzen. Die Schmerzen sind die Schmerzen. Die Schmerzen sind die Schmerzen sind die Schmerzen sind. Die Schmerzen sind die Schmerzen. Wie sind Sie? Gut. Gut? Gut. In der Schmerzen sind die Schmerzen von schmerzen, gefunden. Gut. 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 Schrift.